das zeige ich schon verdammt schnell so und da haben wir auch wieder 7 fertige was haben wir da noch drin eisen damit so auch schon ganz gut was kann man eigentlich jetzt schon langsam anfangen die rüstung zu bauen oder soll man lieber noch warten ich war lieber noch genau ich wollte ja jetzt mal was aus wenn man kann doch mit mit holz eine schale bauen und in der schale dann ist alles täuscht gut ist nur mal das so hat dann brauche ich noch das und das also das war mit der schale war so oder ich wollte schale hammer dann das ja das hier dass ihr ihr wollt pilz zu bellen es müssen fliegen pilze und ding sein ok ok dann das ist ein utensil für die küche das ist das hier und das ist das hier so jetzt warten wir noch schnell obwohl jetzt ist nacht ich kann nur nacht schlafen ja dann kommt die ganz unter gleich soweit komm 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 gegen die drei sekunden muss man nichts mehr tun ja dann können wir doch langsam auch mal schauen ob morgen welche gemälde irgendwo hinbringen so kleine bilder jetzt heißt nacht gute nacht und guten morgen gut so jetzt haben wir den guten morgen und ich werde mal schnell kurz eine pause machen bis gleich so da bin ich wieder und weiter geht's auf wir haben jetzt ausgeschlafen dann können wir jetzt mal raus schauen ja das ist schön mit den bäumen hier ja und versuchen im anderen dschungelgebiet na das müssen wir auch noch machen habe ich werde dabei nein im anderen dschungelgebiet und versuchen eine katze zu holen eine katze dann haben wir hier ja noch einige höhen zu durchsuchen durch so durchschauen zu normales noch mit möchten nämlich noch ein paar auch vielleicht noch ein paar weil ich möchte jetzt dann mal anfangen irgendwann mit einem kleinen monster falle zwar mit etwas was ich schon jeder kennt aber dennoch gut sein könnte so da ist der dschungel dann schauen wir doch gleich mal ob man irgendwo das sind wir haben auch glück und wir finden zu einem alten meier tempel man kann ja mal gucken was wir dort drin dann so haben man der bergschalter auch cool außer drüben oder so dann ab in den dschungel so dann schauen wir mal ob irgendwo ein miauz hören oder sehen oder finden erstmal nur am rand entlang entschuldigung eine erkältung und das wird immer schlimmer ich hasse winter herbst und winter das mag ich gar nicht so 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 okay hier schaut sie auch cool aus was sind das für bäume sind das neue bäume ausfallen naja ja nein da gibt man nichts runter so na wo sind denn hier mit die katzen aber auch eine hülle da hinten so aussieht geschafft ich habe gedacht die stürze ich dann gleich aber jetzt kann man die pilze noch mitnehmen aber ich sehe nirgends jetzt immer wieder draußen vom dschungel oder wie nein das ist eigentlich nur dschungel aber auch keine katze hat das haben wir da oben ich glaube ich habe was gesehen na wo ist ein ei hühner brauchen wir auch noch das ist ein apfel nichts gar nichts gar nichts schade eigentlich hübs ein skelett da oben er schaut euch das an nein du machst mich nicht kaputt ok dann irgendwie ist da auch andersweitig noch irgendwelche viel unterwegs das schnarchen gar nichts da kein kätzchen schade 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 wir haben da kohle kohle die nehmen natürlich gleich mit kohle ist mit das wichtigste so aber ich hätte auch gern kätzchen und da ist keins nirgends was ist da leck doch mich am arsch oder ja jetzt kommt aber her du kleiner pisser nirgends entschuldigung für den ausdruck aber sowas kann ich gar nicht ab da hat man keine schlechten absichten und dann wird man einfach hinterrücks angegriffen toll toll hups hups ja hoch jetzt hab dann 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 und leider kein tierchen gefunden ich bin ich gestürzt ok achte sind dann kakaobohnen oder wie können wir auch mal mitnehmen und mal schauen wofür die dann gut sind gut kakaobohnen kakaobohnen nehmen wir mal mit ja wie war das eigentlich mit dem kühlmelken da brauche ich einen eimer dann stehe ich mich hinter der kuh glaube ich kann man spät auch mal ausprobieren aber naja ich wollte eigentlich eine mietze kätzchen holen aber kein mietze kätzchen gefunden schade 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 so 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 wieder draußen hm 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 gut ich könnte jetzt eigentlich die monster mal ausschalten so dass wenn es nacht wird dass wir dann dennoch nicht angegriffen werden und so vielleicht soll ich das auch mal machen nein da meine ja hat doch nicht ganz geklappt noch mal noch nicht ganz noch mal ein bisschen was tun so immer noch nicht geklappt und jetzt bin ich gespannt ob es mir folgt nein ach nee da brauchen wir noch mehr fische genau so bescheid bescheid dass wir noch mehr fische brauchen nein dann gibt es ein ei und jetzt wird es dunkel jetzt müssen wir ganz schnell schauen dass wir zurückkommen zu unserem gemütlichen hüttchen ja schwertchen in hand nehmen mal kurz was essen so ist dem art ist dem art da jetzt hätte ich mich fast in den tod gestürzt so hier kommt man doch irgendwo ans wasser oder das ist auch noch nicht gut da ich hasse es ich hasse es sich was sie ist und da geht's und aber wie schön dass ich auch schocken alles beleuchtet ist cool so jetzt müssen wir uns dann nur mal eine stelle suchen die möchte ich eigentlich relativ nah am haus haben das ist die monster falle so und gute nacht ich hoffe ich weiß noch wie die geht so oder werden wir doch mal anfangen und zwar ist die frage wo bauen wir die hin darunter 123 reichnet die baume jetzt einfach mal hier hin hier hin oh die axt ist put so dann wird erstmal gucken ob wir da kommt gleich wieder mal mit scharfes bänken das und das und das kommt da rein ach wir können doch futter auch gleich wieder mitnehmen dass wir sie füttern können dann haben wir das alles tun mal da unten rein dass das das hier knochen hier so meine schafe geht man machen